Hallo. Guten Tag liebe Fans von Borussia Mönchengladbach. In der heutigen Ausgabe der Presseschau zum Thema Borussia Mönchengladbach Bei gladbachfan.de gibt es folgende Themen Tour de Suisse, eingeben und nehmen rponline.de Wer soll Granit Xhaka bei einem Wechsel zum FC Arsenal ersetzen? ran.de Borussias Bilder der Saison rponline.de Menschen, Tore, Emotionen rponline.de Harvard Nordfight West Ham United holt Gladbachs Nordfight WZ.de Jetzt fix, Nordfight zieht's zu West Ham kicker.de West Ham gibt Nordfight Transfer bekannt rponline.de Die 3 von der Fangstelle rponline.de Jonas Hofmann Das wäre ein Träumchen rponline.de Juri Tielemans Tielemans steht auf Gladbacher Liste kicker.de Diese und weitere Informationen und Verweise sowie heiße Transfergerüchte gibt es auf gladbachfan.de Besucht bitte gladbachfan.de Rponline.de Rponline.de Erspotline.de Rponline.de 0.000.de Konecfier.de Rponline.de Untertitelung des ZDF, 2020